oh hallo und schön dass ihr da seid der grund warum ich heute um ausnahmsweise mal vor der kamera stehe ist ich wollte mich einfach nur bedanken für das letzte video ich hätte nie gedacht dass so viele leute sich das ansehen würden ich meine über 2000 zuschauer das ist schon gigantisch so vielen dank an alle die sich das angesehen haben ich danke dir und dir und dir and a big thank you to you 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 and hey this guy behind you too so cool and now let's start with this little drawing stuff I'm going to do today und jetzt fangen wir mit dem kleinen zeichen dings an was ich heute geplant habe komm mit ja komm mit nächste schüchtern so was werde ich also heute zeichnen ich habe keine idee so what am i going to draw today i have really no good idea so i took this little bowl of randomness also ich habe hier meine schade des zufalls and i'm going to pick two sheets of paper here and well let's see what i'm going to draw also ich werde jetzt zwei zettel daraus ziehen und mal sehen was ich dann zeichnen würde so number one merkwürdig warum habe ich das da reingehauen okay so merkwürdig auf englisch strange weird number one strange 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 and number two so number two what do we have here axolotl the axolotl so they're pretty nice okay ich werde also einen merkwürdigen axolotl zeichnen so i'm going to draw a strange axolotl exolotl Amphibie Guy Something Egal Now I stop talking And I start drawing Und wir werden sehen, wie es am Ende aussieht Well, let's see how this is going to end up Alrighty then guitar solo 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 Bis zum nächsten Mal.